Was geht Leute, mein Name ist Arnold Fox und es wird wieder Zeit, auf dem Kantholz zu steigen. Und zwar bei Planknut Included. Zusammen mit meiner Freundin wollten wir mal schauen, wie funktioniert eigentlich unser Gleichgewichtssinn. Gut oder schlecht? Wir haben uns dezent zum Affen gemacht. Nach dem Intro geht's los. Okay, Planknut Included. Kennt man ja. Alle guten Dinge sind zwei. Diesmal mit der Tide Drop Experience. Die probieren wir nach Haus. Zuerst bin ich dran. Kannst du das Mikor ein bisschen weiter weg von deiner Nase nehmen, bitte? Du hast es eingestellt. Ich weiß. Also, du kennst das Spiel ja noch nicht. Wir haben das echte Kantholz wieder hingestellt. für die Immersion. Wir müssen diesen kein Cluribri fangen mit diesem Casher. Casher. Casher nicht die, wo TikTok gemacht hat, sondern das Ding da halt. Und los. Uh, juch. 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 Und wir haben gesagt, jeder Fall ist ein Schluck Alkohol. Einmal gesagt. Okay, wir haben... Wir machen Classic Levels ohne Time Bomb, weil ich weiß nicht, was Time Bomb ist und es ist so schon schwer. Oh. Ja, okay. Fangen wir mit Basic an. Drei Schwierigkeitsstufen gibt es. Wir fangen mit Basic an. Are you ready? Easy. Also. Komm, her! Ach so, musst du das Ding fangen. Ja. So. Ich glaube, dreimal. Nein! Ganz ruhig. Denk an die Atmung. So, zweimal. Okay. Easy. Easy. Oh Gott! Zweiter Weltkrieg! Oh, oh. Kolibri, komm her! Komm her! Komm! Komm! Komm zu Daddy! Komm zu Daddy! Er kennt's nicht. Zweiter Weltkrieg und Kolibri-Schank. Ja. Huh. Komm zu Daddy! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist kein Horrorspiel. Ach, du Scheiße! Bitches! Ich mein Schlangen! Oh Gott! Oh Gott! Oh, und Drache! Ah, heiß! Oh, wütender Drache! Wütender! Komm, Kolibri! Komm! Komm her! Komm her! Komm her! Bis jetzt geht's gut! Oh, Toilette! Oh, Toiletten! Oh Gott! Ich war's nicht! Das war ich nicht! Mein Gott! Oh, je! Oh, je! Oh! Oh! Oh, Lava! Lava! Heiß! Heiß! Ich mach gleich ne Ventilator an! Ist echt übelst heiß hier drin, oder nicht? Auf jeden Fall! Oh! Wo ist der Kolibri? Da! Oh, Mia! Oh, Kolibri! Okay, es sind schon mal zwei Schlücke! Oh, mein Gott! Die Geräusche! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, ganz ruhig! So, das? Sie haben gehört wie Michael Jackson! Wo ist der Kolibri? Oh, Mann! Warum bist du so weit weg? Oh, Gott! Das zählt nicht! Das zählt nicht! Oh, Gott! So, jetzt! Oh, Dinosaurier! Oh, cool! Oh, Dinosaurier! Oh, fuck! Dinosaurier! Wo sind wir? In der Höhle? Okay! Oh! Wie schön! Okay, echt schön! Wenn doch dieser Plank nicht wäre! Dieser Kolibri! Komm jetzt! Komm her! Komm, komm! Geh jetzt freiwillig rein! Komm, ich lasse dir die Wahl! Oh! Ich mach da mit Absicht! So, das ist erst die erste Schwierigkeit! Das ohne Bewegung! Das geht ja noch! Oh, oh, oh! Da ist das kaputtgegangen! Hallo! Mach das öfters! Oh, Gott! Nein! Dann wechseln wir mal die Fuße! Fuße? Ja! Ja! Oh, Gott! Komm! Oh, noch einmal! Oder? Ich glaube, jetzt bist du dran! Glaubst du? Ja! Boah! Mit Trinken, Finken! Finken? Finken trinken wir! Nur zur Info, Finken! Boah, bin ich jetzt schon voll? Da sind dritte Trillinge! Okay! Schatzi, du bist dran! Easy Mode? Ja! Kannst ruhig auch ein paar Geräusche machen! Also, rede! Rede! Vielleicht chillt es dich ein bisschen! Ich kann nicht solche Geräusche wie du! Du musst dich umdrehen, gell? Warum? Weil er hinter dir ist! Der Kolibre ist hinter dir! Komm, schweep, schweep! Bis jetzt machst du das gut! Easy ist halt easy! Was soll man sagen? Balancieren geht gut! Wir waren heute boldern! Oh, zweiter Weltkrieg! Hat man ja gesehen! Wir waren heute boldern! Hat sie sehr gut gemacht! Balance kann sie! Jetzt muss sie auf einem... Oh, oh, eins! Äh! Oh, oh, zwei! Äh! Gerade eben los! Nichts noch! Die wird voll! Die wird definitiv voll! Ja, Balancieren kann sie! Ja, ja! Hat man gesehen! Ist echt gut gemacht! Jetzt muss jetzt einer auf einem Kantholz beweisen! Komm! Schweep, schweep, schweep! Na, komm her! Boom! Uh! Wow, voll! Oh, ne Rat! Hehehe! Das war bei dir vorher nicht! Doch, die stand halt nur da rum! Ich dachte, das ist bestimmt witzig, wenn ich jetzt nicht sag, dass es eine Rat ist! Komm her! Jetzt! Und hinter dir! Aber ist er anstrengender, wie ich dachte! Ja! Denkt man immer! Denkt man, der Asiater hat keine Balance und tut nur so! Aber da sieht man... Oh, nein! Zamroll! Nimm dich mal ein bisschen! Sorry, das war das McDonalds-Essen! Ja, ja! Oh, es hat... Oh Gott, ey! Oh Gott! Ich bin jetzt alleine hier! Oh Gott! Oh, meine Nase juckt! Ja, das ist immer ganz schlimm, wenn die Nase juckt! Danke, Odin, für die Haare! Hey, wo ist er denn? Hinter dir! Sei nicht meistens vor dir und hinter dir! Ich mach extra den Ventilator nicht an, dass es ultra-realistisch ist! Ich könnte eigentlich noch mit dem Feuerzeug unter dir rumzündeln! Ja, bitte! Nee, ich bin zu faul! Wusch, dieses blöde Teil! Das ist ein Kolibri, ja! Seht es, dass ich einen tätowiert habe? Ich bin zweimal runtergefallen! Okay! Nicht schummeln! Okay, von den zweimal wird eine dir abgezogen! Das wird sich aber ändern, sobald wir die Schwierigkeitsstufen erhöhen! Okay, zwei! Komm! Jetzt! Das ist ja gut! Gute, gute! Witzig, dass mir hier die Höhe nichts ausmacht! Ja gut, ist auch noch Easy-Mode! Oh, shit! Komm her! Gut! Gut, gut! Oh, Golden Shower! Komm her! Freut man sich, wenn man Golden Shower sieht? Nein, nein, ich glaube nicht! Schatz, weißt du, was Golden Shower ist? Nein! Okay! Sieht ein bisschen aus wie Karate! Huh! Okay! Hier habe ich ja aufgehört! Mal so ein paar, bevor wir mal die Schwierigkeit erhöhen! Ich habe Angst, mich umzudrehen! Ich bin nicht hinter dir, keine Sorge! Ähm, du musst nicht ins Fenster rein spannen, ja? Ja, das sage ich der Polizei! Uh! Runterknie da auch noch! Next Level! Hast du den Move gesehen? Ja! Boah, voll geil! Genau so heiß! Ach, du machst die Arme auseinander! Habe ich das nicht... Das habe ich nicht gemacht, gell? Weiß ich nicht! Ich glaube nicht! Die ist clever! Aber gut, das macht man ja auch grundsätzlich, die Arme auseinander machen, um die Balance zu halten! Was? Spürst du schon an den Beinen? Nee! Okay! Meine Arme tun mir eher weh! Echt? Ja, aber vom... Hold on! Oder wie muss man das sagen? Hold on! Komm, schweb, schweb! Sehr gut! Oh Gott! Uh! Fuck! Oh oh! Oh oh! Oh Gott! Nein, 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 nein! Der bleibt aber da stehen, oder? Äh, ich bin mir nicht sicher! Oh, ich würde schnell machen... Oh fuck! Sein Fuß bewegt sich, der will drüber! Verarscht! Nee, ich glaube, da steht nur da rum! Was ist das? Achso! Uah, fuck! Sehr gut! Aber noch gehalten! Ich glaube, easy machst du da durch! Oh, ein UFO! Oh Gott! Oh! Was ist das? Oh! Was macht da so komische Geräusche? Ich habe keine Ahnung, aber ich... Vielleicht zu aller Herr der Ringe? Was? Ja, guck mal runter! Achso, Mordor, da denkst du... Nee, ich glaube, das ist die moderne Version von Mordor. Das ist ein Atomkraftwerk. Okay. Um genau zu sein, ist das... Die Wärmeabführ... Der... Äh... Reaktorstäbe. Glaube ich. Okay. Juh! Juh! Juhu! Next Level! Ach! And the battle continues! Jetzt mach mal Medium. Mhm. Um mal denn... ...zuschauen... ...wie das aussieht. Wahrscheinlich wackelt's dann, oder? Ja. Oh, da geht's tief runter. Ah, schön. Oh, 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 oh! Immerhin sind wir ganz oben. Es geht also nicht runter. Oh Gott, was denn das für Geräusche? Was ist das? Oh Gott! Warum hab ich so Angst? Ich bin nach oben! Oh je, oh je. Ach du Heilige. Ah, hier wird mehr mit Höhe gearbeitet. Mhm. In Medium. Komm her! Oh, ein Schweinskopfadler. Wo ist er? Oh Gott! Komm schon! Oh! 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 Oh, Ray Hens! Oder Kühenz! 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 Oh! Wo ist der, Dude? Ja, wo ist der, Blöd? Ja, ich wollte grad sagen, wo ist denn der? Da! Soll schon fangen, nicht erschlagen. Jetzt! 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 Die ist so weit weg! Der ist so weit weg! Das meinst du, glaub ich, nur? Nee, der ist wirklich weit weg! Der ist mindestens einen Meter weg! Hab ich dich! Nicht! Komm schon! Roman! Mann! Do it! Just do it! So! Oh, oh! Da kommt er! Oh, oh! Oh! Oh, mit Bewegung. Oh, mit Bewegung. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Ein Krokodai. Oh, jee. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, jee. Oh, mein Gott. Da, rechts. Ja, ah, nee. Vielleicht muss ich mehr in die Hocke reingehen. Oh, Mann. Jetzt muss ich... Oh, fuck. Wer geht's runter? Oh, Gott. Oh, fuck. Fünf. Sechs Leben. Okay, das reicht. Du bist dran. Easy hast du Faboros gemeistert. Mal gucken, wie du dich hier schlägst. Denn hier... Wunder. Hast du gesehen? Was ist? Ich war unten. Nee, hier hat sich nichts bewegt. Nein, ich war... Bin runtergefallen. Ach so, uhu. Auch noch Fairplay hier. Okay, vier sind wir, oder? Ja. Ich hätte eine Strichliste machen sollen. Auf jeden Fall hier wird mit Höhe gearbeitet. Bis jetzt geht's noch ganz gut. Das Witzige ist, dass das Holz unter mir einfach... Oh, was ist das? Wo bin ich? Äh, du bist an der Wand. Das Holz unter dir ist was? Breiter wie das, wo ich draufstehe. Ja, das stimmt. Sorry, ich bin geizig. Ich muss dir Geld sparen. Und, wo ist er? Hallo. Komm her. Piu. Piu. Du musst immer an Felix Loprecht denken. Wenn er sagt, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Deo. Der Taube an dem Feuerzeug. Guck mal, ich kann... Guck mal, wie gut ich das mache. Herr Ü ist gut. Das hat mich voll verschickt. Okay. Weißt du, was am Ende hier passiert ist? Nee. Da geht's runter. Mal Glück gehabt. Hier ist immer... Bin ich rausgegangen. Das meistert sich natürlich mit Bravour. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie geht's weiter? Ihr glaubt, du spielst das Spiel durch. Das sehe ich jetzt schon kommen. Guck mal nach unten. Sechs. Ach man, sieben. Sieben. Ah, komm, du machst weiter. Oh. Was ist das? Fliegt da rum. Wo ist er denn? Wo ist? Hallo. Hallo? Hinter dir? Wie du dich halt... ...ohne Probleme umdrehst. Hast doch du dich auch? Nee, aber voll. Ich hab voll ewig gebraucht. Ach, das sind Drohnen, die hier rumfliegen. Und der andere? Oh. Ein Pidgen. Sehr gut. Oh. 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 Hast du das gut gehalten? Da, der macht es Spaß auf dem Pantol zu balancieren, sehe ich. Da ist er. Komm her. Was macht die Übelkeit? Die ist ganz gut. Sehr gut. Hast dich jetzt, glaube ich, mittlerweile dran gewöhnt. Oh, die, die Golden Gate Bridge. Jo. Usa. Denk an deine Atmung. Wie beim Bouldern. Du meinst, wo ich es zehnmal vergessen habe? Ja. Zu atmen. Richtig. Das ist ein Airbus 747 durchgeführt, an dir vorbeigeflogen. Sorry, ich war auf den Kolibri fixiert. Ach so. Hallo. Hallo. Wupp, wupp. Applaudiert er mir? Danke, danke. Ja, deine Fans. Hey, klau mir nicht meinen YouTube-Channel. Abonnieren nicht vergessen. Das sind meine Follower. Meine vier. Hey, wo ist er denn? Guck mal, über dir. Nein. Irgendwo muss er da rumfliegen. Siehst du ihn? Ich nicht. Nee, nee, ich sehe ihn nicht. Normalerweise fliegt er doch immer hinter dir und vor dir. Oh, shit. Aber vielleicht geht es echt erst nach oben. Ich glaube, diese Szene spulen wir dann vor. Warum? Wir applaudieren. Aber das dauert zu lange, bis du wieder oben bist. Also, Zeit, Rafa. Ah ja, ich sehe ihn. Da ist er ja. Komm. Oh, shit. Was ist? Oh, nein. Sind wir bei... Nein. Oh, oh. Pauli ist wach. So, und zu guter Letzt. Einmal Extreme. Komm und los. Oh, Gott. Oh, Gott. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheißen. Boah, ich kann mich nicht bewegen. Boah, das ist übel. Oh, fuck, ist das übel. Du brauchst gar nicht ins Innere schauen. Da verliest du sofort die Balance. Okay. Beruhigen Sie sich. Kommen Sie her. Danke. Oh, krass. Oh, shit. Oh, scheiße. Oh, shit. Unduppen. Unduppen. Musst du dich da ducken? Nein. Oh, fuck. Du bist dran. Jetzt kommt aber die richtige Schwierigkeitsstufe. Mal gucken, ob du dich hältst. Zehn. Oh. Die Lady wird voll. Boah, Gott. Zickert, die Aufnahme könnte ein bisschen wackelig sein. Ist echt ein bisschen tricky. Gut, das zählen wir jetzt mal nicht. Dieses Level. Aber ab jetzt. Und wie ist es? Schon anders, oder? Wenn sie es bewegt. Es geht. Echt? Uh. Es geht. Jetzt gibst du dir ja gar keine Mühe, Mensch. Komm, ab jetzt. Jetzt zähle ich. Ganz ruhig. Au. Du musst mir schon sagen, wenn ich an der Wand bin. Du bist an der Wand. Danke. Bitte. Komm, jetzt. Sehr schön. Uh. Willkommen im Weltall. Ist ja typisch, dass so ein... Vorsicht, du bist direkt vor dem Bildschirm. Ist ja typisch, dass direkt im Weltall ein... an Holz rumfliegt. Oh, wie süß. Voll langsam. Ja. War beim Unterwasserlevel genauso. Da habe ich mich voll beeilt wegen den hässlichen Fischen. Und ich habe extra gesagt, ich lasse mir Zeit. Ich gucke mir das alles an. Aber ganz ehrlich, das jetzt finde ich nicht schwierig. Ja, du hast da kein richtiges Gefühl davon, dass sich das bewegt, glaube ich. Mhm. Also da fand ich das mit den Zügen gerade eben ein bisschen... Weil das könnte ja einfach nur von der Seite kommen. Sag schon mal bitte, bevor ich wieder an der Wand bin. Jo. Wenn, dann bist du Richtung Monitor läufst du gerade. Sehr gut. Uh. Oh, das bewegt sich. Boah. Boah. Und? Easy, oder? Das sind zwei Helis, die ein Riesenrad tragen. Wie realistisch ist das denn bitte? Geht's? Wo ist meine Kontaktenzer, Frau? Ach so. Der Kolibri, der kommt irgendwann mal. Ich glaube, die fliegen irgendwo umher und der Heli fliegt gerade gehen da. Oh, verdammt. Wir bleiben bei zehn. Ich zähle jetzt nicht mehr. Du musst aber nachher schön in die Kamera zeigen, wie du deine zehn Schlücke machst. Und so, wie ich es gemacht habe. Oh, verdammt. Das ist schon ein ganz anderer Tobak. Hallo. Ah, das ist immer an der gleichen Stelle. Versuch mal ohne auf dem Kantholz zu stehen. Das ist voll easy, finde ich. Oder? Ja. Schon nix. Also wenn, dann muss man schon richtig mit dem Kantholz. So ist ja nix. Da stehst du halt einfach nur. Vorsicht, es kommt. Ach, zweimal. Ja, ja, ja. Oh, fuck. Äh, da ist ein Kantholz, gell? Immer noch. Ah, auch super realistisch. Ja, im All braucht man immer ein Kantholz. Wichtig. Und. What? Denn Holz funktioniert im Weltall genauso gut wie... Was will der? Keine Ahnung. Er versteht mich nicht. Ach so. Versteht mich nicht. Was? Er denkt sich, was machst du hier? Was, was, was machst du hier? Oh, was ist da? Warte, ich muss mich auch so langsam bewegen. Ach so. Schickt. Gucken Sie sich mal ein bisschen um. Genießen Sie die Aussicht. Was passiert da eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Wer bist du eigentlich? Oh, Mann. Verdammt. Hast du ihn gesehen? Nee, ich bin runtergefallen. Ach so. Seh ich eh nicht mehr. Na, ich denke... Oh, verdammt. Puh. Da, da kommt er. Ach, Mann, no. Gonna catch them all. Okay, Feierabend. Überwegt sie nicht mehr. Mann. Komm. Er drollt dich wieder. Er drollt dich wieder. Aber irgendwie, das ist jetzt so ein bisschen easy, oder? Da passiert jetzt nicht groß was mit Bewegung. Nee. Das ist wie nichts, was so wirklich verschickt. Oh, die Musik ist entspannend. Oh. Oh, da kommt ein Bildschirm. Danke für den Hinweis. Ich bin da so voll hypnotisiert, wenn ich auf den Bildschirm schaue. Ja, das ist eigentlich ein bisschen wie so ein Medium oder Basic oder so. Was? Ja, von der Schwierigkeit her. Ach so. Ah, ja, ich dachte gerade irgendwas Interster... Inter... Ja. Irgendwas horoskopmäßiges Medium, weißt du, so. Wo ist denn der? Da ist er. Komm, komm. Muss ich jetzt wieder bei der? Ich glaube nur noch den roten. Hinter dir. Boah. Oh. Hast du gesehen? Ich hab alles ausgehalten. Ja, aber das ist der Grüne. Dann muss man doch wieder von vorne. Tu, tu, tu. Wo ist er? Wo ist das Blöde? Ja. Sehr gut. Okay. Oh, okay. Ich glaube, der hat eine Wette verloren. Okay, wenn du die Wette verlierst, dann... Boah, das ist schick. Echt? Das ist eklig, ja. Weil es so schräg ist, gell? Boah, ja. Boah. Gut, dass wir nicht mehr zählen. Boah, fuck. Das geht. Boah, nee. Das... Das ist schick. Boah, boah. Boah. Okay, das hat jetzt Xtreme seinen Namen echt verdient. Boah. Boah. Wahrscheinlich kannst du dich auch auf dem Kantholz draufsetzen und ich werde... komisches Gefühl. Ja, tatsächlich. Boah, nee. Boah, jetzt wird mir aber auch schlecht. Nee, nee, nee. Ja. Ende? Ja. Ende. Warte, warte, warte. Schnell, dann mach ein Looping. Oh, fuck. Boah. Oh. Ah, du musst stehen. Ah, ja. Nein, ich kann nicht. Auf mit dem Heli. Ernsthaft. Oh, ich kann nicht. Mach aus. Oh, das wird immer schneller. Mach aus, mach aus. Okay. Oh. Wettschulden sind Irgenschulden. Zehn Schlücke. Ja. Ah, wer hat besser abgeschnitten? Ich oder sie? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben es uns beide ganz gut angestellt. Äh, ja, Übelkeit war doch ein Thema. Aber sie wird besser. Mit der Zeit. Und ich hoffe, sie ist auch beim nächsten Mal dabei. Vielleicht mit einer anderen Runde, die ebenso genauso würdig, witzig ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Neunfox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.